Was ist der Unterschied zwischen einem Kondom und einem Sarg? In beiden liegt ein Steifer drin, der eine geht und der andere kommt. Jeden Tag kommt Herr Müller sehr nahe an seine Kollegin heran, wenn diese an der Kaffeemaschine steht, er atmet tief ein und sagt, Fräulein Inge, ihr Haar duftet so wunderbar. Nach vier Tagen geht Fräulein Inge zum Betriebsrat und beschwert sich wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Der Betriebsrat fragt, ist es denn nicht ein schönes Kompliment, wenn man ihnen sagt, ihr Haar duftet gut. Darauf antwortet Fräulein Inge, im Prinzip schon, aber Herr Müller ist Liliputaner. Meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht. Daraufhin habe ich ihr den Rollstuhl geklaut. Gerade mal, wer dann wieder angekrochen kam. Was zeichnet eine Linianutte aus? Niemand hört sie kommen. Ein Luxusdampfer sinkt und alles stürmt zu den Booten, einer drängelt sich besonders vor. Da schreit der Kapitän, halt wir nehmen zuerst die Frauen. Da staunt der Mann, haben wir dafür noch Zeit?